Die Interliving Boxspringbett-Serie 1415 bietet einen umfangreichen Typenplan mit einer großen Stoff- und Lederauswahl. Hochwertige Massivholzapplikationen in Wildkernbuche und Wildeiche verleihen den modernen Boxspringbetten das gewisse Etwas. Optional können die Betten auch mit einer passenden Sockelleiste aus Massivholz ausgestattet werden. Das Kopfteil mit einer Höhe von ca. 120 cm ist exklusiv für Interliving. Insgesamt stehen Ihnen drei Kopfteile in verschiedenen Höhen zur Wahl. Gegen mehr Preis ist zudem eine motorische Kopfteilverstellung möglich. Für die erstklassigen Boxspringbetten sind zum einen kontinentale, drellbezogene Matratzen und zum anderen Matratzen mit separatem Topper erhältlich. Die Interliving Boxspringbett-Serie 1415 trägt das goldene M und gewährt 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.